Fahrrad um Munitionskisten mit dem Spielzeugtruck ist ja Wahnsinn So wer ist da? Oh das ist eine Dusche Plastikmesser Gut dann gehen wir mal Alles klar es wird schon wieder dunkel So Wollte ich noch irgendwas? Ja ich könnte mal ganz kurz Hier die Sachen Verwerten Okay hatte ich hier noch irgendwas Stufe 40 Hab ich Heißt ich kann das auch verwerten Achso und das kann ich Eigentlich Auch verwerten Was ist das mit meiner Impro? Wofür habe ich die noch? Hier Ja egal So Achso hier wollte ich eigentlich noch dran Ah da muss ich aber aussteigen Und Ne Will ich gerade gar nicht So wir gehen mal hier zur Kirche der Zuflucht Wir kommen da bestimmt nochmal vorbei Dann gucke ich da mal in das Terminal Ich glaube nicht dass das jetzt Story relevant war Weil dann wäre es vermutlich nicht abgeschlossen Was ist denn hier kaputt? Hier hinten Berti 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 Freunde Guck mal Und sie haben sich zu Staub aufgelöst Sehr cool Das sah jetzt gut aus Das war ein Zaubertrick So Ist mir der Berti Berti Gar nicht aufgefallen Seit wann lag der hier? Wo ist die Powerrüstung? Oh Was haben wir denn da alles Drinnen? Den kann man sogar looten Ja das finde ich ja Faszinierend Abstürzter Berti Berti So Ich soll hier was machen? Ich soll hier irgendwas suchen Achso Verfolge das Notsignal zu seinem Ursprung Ja was Weiß ich denn wo der Ursprung Hier oder was Das ist der Berti Berti Der ist abgestürzt Das wird wohl der Ursprung sein Oder nicht? Ich schätze fast Das wird diese Kirche hier sein Die ja wirklich sehr cool aussieht Hier so Ah ich hier schon drin? Hier komme ich nicht rein Klar war ich hier schon drin Ja natürlich Ich erinnere mich Moin Der hält der sich noch den Kopf Weil er Kopfschmerzen hat Und ich gab ihm jetzt einen Grund Ein Grund Ein einzigen Groen Gurken Ich glaube mein Schwein pfeift So Hier war ich doch schon dran Aber was soll denn hier Notsignal Ne? Ja ey Ähm Notsignal Was? Und das hier Da hinten Okay ich hab gesehen Ein Pfeil Wieso krieg ich den nicht? Freundchen ich komme Hier ist noch ein Achso den Flyer hat man glaube ich auch Hier ist auch noch irgendwas Ach die Notizen man Die hab ich doch alle erst rausgeschmissen Jetzt hol ich sie mir wieder Alter ist doch scheiße Ist hier irgendwo Irgendwas What Wo ist der andere? Komm mal her Ey Ja genau Schmerz 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 So Ein Notsignal Hier ja scheinbar nicht Das müsste mir doch angezeigt werden Oder? Sollte es eigentlich Nur wo soll ich denn das jetzt finden? Das verstehe ich nicht Ach warte mal Waffen Da Habe ich schon wieder eins gekriegt Oder habe ich das immer noch? Wo soll denn hier? Wie soll das denn funktionieren mit diesem Notsignal? Also ich dachte Ich hätte jetzt doch schon gedacht Irgendwie sehr mittig Verfolge das Notsignal Bis zu seinem Ursprung Weiß ich doch nicht Weiß ich doch nicht Ey Ey Was weiß denn ich Da ist ein Ein Sendeturm Also ein Sendeturm Hier ist ein großes Ding Ich weiß nicht ob das noch zählt Der geht da weiter Ob ich jetzt gleich nicht hier schon wieder raus bin Ja moin Ihr Vögel Woher kommt ihr denn hier alle her? Immer hier mit Immer da Drauffahren Ruhe Fert weg Wieso ist der nicht tot Mann Ist das hier so ein Signal? Kommt das vielleicht hier her? Aber hier müsste doch jetzt mal was leuchten wenn es hier her käme Oder? Finde ich Sollte es Wieder etwas Es ist sehr interessant hier unten Wer richtet sich denn so ein? Mit Waschmaschine Schön Bett So Da ist auch noch ein Save Da komme ich aber nicht dran Aber hier Homeschooling Alles klar Kollege War das dein Haus? Du darfst dich hier gerne zu ewigen Ruhe betten Hab da nix gegen Aber Aber, aber, aber Hier ist auch nix Aber, aber, rhabarber Jetzt bin ich hier am Rand Am Rande der Verzweiflung Mann, das ist für eine doofe Aufgabe Und jetzt bin ich außerhalb der Ne bin ich nicht Tja Ich weiß auch gar nicht in wonach ich Ausschau halte Es soll irgendwo ein Funksignal geben Und ich hätte ja gedacht Hier an der Kirche Das würde ja Sinn machen Aber man könnte ja auch mal irgendwas anzeigen Wo ich hin muss Jetzt ist ja die Folge Wird hier wieder nix angezeigt Weil hier nix ist Oder weil das nur wieder Quasi ein Bug ist Und Weil ich mal das hatte Ich wäre ja nicht das erste Mal Sag mal Bin ich denn bescheuert? Hier war doch gerade eben noch ein Worthy Bird Oder etwa nicht? Hä? Was? Hier war doch gerade noch ein Worthy Bird Den hat gerade mal kurzerhand jemand geklaut Oder was? Willst du mich verarschen? Das war doch hier Ey, ich bin jetzt echt total bekloppt Ey, vielleicht Vielleicht Aber ich Draust mir zu Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher Dass der hier war gerade Und deshalb habe ich ihn vermutlich Auch das letzte Mal nicht gesehen Weil er einfach mal da ist Und Manchmal macht er seine Tarnung scheinbar an Keine Ahnung Es ist mir eine Rätsel Ich bin außerhalb der Ne, bin ich nicht Oh, hier Das ist es Das Lucy hat uns erzählt Dass sie glaubt Den perfekten Unterschlupf In der Kanalisation Unterhalb von Diacam Gefunden zu haben Ja, ganz genau In der Kanalisation Ich bin mir ziemlich sicher Dass das ein Rückschritt Im Vergleich zum Sumpf bedeutet Aber wenn Sarah in Sicherheit ist Wie schlimm kann es dann schon sein? Wie dem auch sei Die Strahlungswerte Sind durch die Decke gegangen Also hat Lucy so einen Komischen Schutzanzug Prototyp für mich besorgt Und ich kriege Einen schicken Ausweis Um reinzukommen Hoffentlich verliere ich ihn nicht Ähm Der Bunker? Das Ding da? Ich habe kein Schimmer Hier hängt noch einer ab Joah Und ich muss das No-Signal Immer noch bis zu seinem Verdammten Ursprung Verfolgung Na leck mich doch am Fuß Ey Ich weiß nicht wo ich hier hin soll Aber hier finden wir auf jeden Fall Ein bisschen Blutblatt Blutblatt War das? Ich habe hier kurz einen Prozess Äh Warum bin ich denn jetzt gelandet? Das ist ja wohl sehr tief Das ist ja sehr tief hier Hallöchen Ist hier noch wer? Was haben wir denn da? Was ist das denn? Achso das ist das Hotel Was auch noch Innerhalb des Radiuses ist Vielleicht gehen wir mal da hin Ähm Hier war ich schon mal Aber vielleicht finde ich ja hier irgendwo Das Ding Was übertragen wird Revier antwortet nicht Reparatur Anfrage Fehlgeschlagen BE Einheit Boomer Erbittet Ja ja Boomer Boomer Ich weiß Von dem habe ich ja den Hier hat doch der Auftrag gestartet Oder? Ja Wo ist der jetzt hin? So Hey Was weiß denn ich Was ich hier machen muss? Ich gehe jetzt nochmal hier hoch Hier ist aber nirgendwo Irgendwann mit Äh Und hier muss ich auch wieder Erst aufschließen Der Boomer Kann doch nicht alles auf einmal Ach hier ist nur wieder Aber hier Oh schön Wunder Kleber Toaster Und mit dem ganzen Schrott So aber Wo muss ich denn jetzt hin? Hey Ich habe keine Ahnung Wo ich hier hin soll Ehrlich gesagt Ich weiß auch nicht wo ich hier hin soll Wo kommt das scheiß Notsignal her? Vermutlich hier irgendwo an der Straße Hätte ich jetzt gedacht Folge ich doch einfach mal der Straße jetzt Das muss ja eigentlich hier Wenn das wieder so ein komisches Signal ist Es wird ja nicht mitten im Wald stehen, oder? Der Signalgeber Ich weiß es nicht Könnte sich mal eine beschissene Raute zeigen Mann ey, das gibt's doch nicht Ja Ja Da war ich Da war aber nix Ach Leute Echt Wo könnte das denn sein? Ne Jetzt bin ich gleich raus Was denn scheiß Was? Ruhig So Er ist echt beschissen Ist er Verdammte Hacke So Wo muss ich jetzt rüber? Ich gehe jetzt einmal da rüber Es wird ja eigentlich ermittigt sein Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier ist Aber ich gehe jetzt rüber Durch den See Zu diesem Boot Guck, ob hier irgendwas ist Nein, das ist nicht Bin ich noch im Radius? Ne, bin ich natürlich nicht Was ist das? Da würde ich vielleicht erst mal wegbleiben Das sieht sehr cool aus Da ist auch einer Holy shit Jetzt bin ich aber gleich im Arsch hier Shit, shit, shit Warum kommen die denn jetzt zu mir? Worauf verpisst ihr euch? Ich hau immer ab Jetzt gehe ich doch da hin Jetzt muss ich ja da hin Weil die sind zu mir gekommen Hilfe Ich kann da gar nichts für Wo ist der Typ? Der versteckt sich hier irgendwo? Oh, ich habe den nicht gesehen Hier hin gehört Hä? Der war auch gut unsichtbar Das muss ich ja mal so sagen Der war richtig gut unsichtbar Ich bin da gerade an den Typen vorbeigelaufen So Was nehmen wir denn da? Das ist nicht irgendwas gegen Kreaturen? Was habe ich denn hier noch so? Was habe ich denn hier so für Waffen? Wo ist der denn jetzt? Jetzt ist er wieder weg Okay Okay Keine Ahnung wo ich jetzt hier hin soll Hier war ich gerade Hier war ich gerade Komm Komm So der ist weg Gut dann gehe ich mal Gehe ich mal irgendwo anders hin Boah Hier kann man rüber gehen Hilfe Lebt hier noch was? Boah Jetzt bin ich ja hier auch irgendwo Bin ich denn überhaupt Baumhaussiedlung Auf jeden Fall sehr geil Eine sehr coole Baumhaussiedlung Muss man weiter gehen So So Guck mal in hier drin Autsch Na 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 Ach komm ey Jetzt 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 Hier Hier Alter Das ist doch nicht zum Fassen hier Geht doch Oh nicht gleich so Himmelarsch Muss man immer was fluchen hier So war ich hier schon Nee Cherry Coke Hier Würze Für die Würze Oh eine Bar Sehr nice Maschinenpistülchen Also ich weiß nicht Ich finde das gerade richtig beschissen hier Muss ich ja mal sagen Dass ich hier nicht weiß wo ich hin muss Verfolge Das nutze ich ja bis zu seinem verdammten Ursprung So Ein Plan geht auf Lade das Ding auf Wo muss ich jetzt hin Hier ist Dringend Das Hauptquartier der Bruderschaft ein Das können wir mal machen Hier muss ich was aufs Holoband Laden So und was haben wir noch Folge dem Weg der Aufseherin Ja leck mich doch am Fuß Ach weißt du was Wir sind Wir sind Nicht zu schwer Nein wir sind nicht zu schwer Ich gehe jetzt mal hier rüber Leute So Riverdale Menschen 29 Zack Und tschüss Wir machen jetzt mal eben da Eben Eben kurz Eben ganz kurz Die Aufgaben da drüben Und Dann überlegen wir uns was Ich würde auch gerne mal da runter zur Bruderschaft Ich muss mal Ich muss mal Ich muss ab und zu mal die Urte wechseln Ich bin jetzt die ganze Zeit da hinten rumgegeigt Ich muss mal wieder woanders hin So Ich würde mal gerne ein bisschen vorankommen So hier sollen wir jetzt was machen Das ist auch nur so eine Nebenquest Aber die möchte ich gerne mal weg haben Ich hoffe Ähm Ist nicht großartig Was Ach ist das schön Ach ist das schön Ich muss hier so ein paar Stufe 1 flüten Ach wie cool Hey Freunde Hey Freunde So haben die denn ein bisschen Ne haben sie nicht Wir gehen mal rein Hey wo kommst du denn her Guck mal Um die Ecke Wollte er mich erschrecken Ich Glaub es geht los So Meine Damen und meine Herren Ich begrüße sie Hier in der Mansion In der Mansion So Guten Tag Warte mal kurz Hier einem auf die Schulter klopfen Oder auch in die Fresse Und Wer haben wir hier noch Ja Guten Tag Mit der Kaffeetasse Ah ne es war wohl keine Kaffeetasse Das Licht Ist sehr hell Wie viel haben wir da 364 Das heißt wenn ich mich jetzt ausziehe Würde das glaube ich Nicht mehr so gut sein Was habe ich denn dabei Sonntag Mit so einem Ding Schießt es sich zwischendurch Auch immer mal ganz nett Oh ich muss was trinken Sehe ich gerade Und vielleicht auch was essen Hier so ein Eichenchen am Stiel Und einen leckeren Kuchen dabei Das ist eine gute Mischung So Freunde Wo muss ich hin Hä Was